Immer wenn man mit Christian läuft, hat man einen Haufen Höhenmeter. Heute zu Gast im Odenwald, beim Rimm-Diedim. So etwas Geiles habe ich noch nie gesehen. So etwas Geiles habe ich noch nie gesehen. So etwas Geiles, das ist ein Geiles, das ist ein Geiles, das ist ein Geiles. Schöne Grüße gehen raus an Jens, der uns die Rude empfohlen hat. Hey Matthias, hier! Hey Matthias, hier! Wenn man mit Christian läuft, hat man einen Haufen Höhenmeter. Schöne Grüße aus dem Odenwan. Und Äppchen! Schöne Grüße aus dem Odenwan. Rüber! Schöne Grüße aus dem Odenwan. Schöne Grüße aus dem Odenwan. Schöne Grüße. Schöne Grüße aus dem Odenwan. Und erledigt. Matthias, wie fandst du die Strecke heute? Ja, sehr abwechslungsreich. Ein Highlight hat das andere gejagt. Rimm-Din-Din. Scheiße. Rimm-Di-Dim. Rimm-Di-Dim. Rimm-Di-Dim-Felsen. Dann ein Lost Place dabei gewesen. Rimm-Di-Dim. Rimm-Dim. 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 In Messbach. Rimm-Dim. Dann haben wir gerade noch einen Wasserfall hinter uns gebracht. Und die Burgruine hat er vergessen. Die Burgruine auch noch, wie heißt sie nochmal? C. Rodenstein. This war jetzt fast wie Badesalz, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da. Mh lecker Zwetschge. Untertitelung des ZDF, 2020